Hello Was bisher geschah? Ich schlafe so, äh... So, wir sind jetzt gerade aufgestanden Und ich hab 10 Stunden... Ich hab 10 Stunden geschlaft Und ich bin immer noch müde Und ähm... Jetzt ist ich mal so kurz aufgewacht Aber sofort wieder gepennt Ähm, jetzt kriegen wir Frühstück Äh, ich hab... Ich guck mal... Die Zauberer vom Auslager, wie das heißt Englisch... The Grateful and Powerful Also das heißt Und ich hab hier... Und ich hab hier... Sieht scharf aus Siehst du? Oder? Hey, wir sind jetzt hier in... Frankfurt gelandet Frankfurt... Ich wollte Stuttgart sagen Aber nein, wir sind in Frankfurt Wir, ähm... Wir sind jetzt bei der Gepäckausgabe Ich hoffe, mein... Koffer kommt... Überhaupt nicht schon... Eine Weile... Das ist Steinerkopf Quatsch, das ist Steinerkopf Voll ungewohnt so einen leichten Koffer zu haben So, ich hoffe, die Mangos sind heil Ja, hoffe ich auch Wir hoffen, wir sind hier in der Gepäckausgabe Äh... Entrum, oder? Ja... Ja... Wir sind näher nur im Angus Okay... Seien wir nicht so auffällig Hoffen wir, dass alles gut wird Und... Wir... Äh... Äh... Direkt aus der Kamera? Nee... Was? Was? Karina Soll jetzt nicht auffallen Oh nein... Oh nein... Wurdest du... Man, wegen dir wurde ich mit reingezogen Und ich versteck mich so Ich gehör nicht dazu, nein Mann, voll süß Wie viele hier mit Rosen warten Äh... Mit Schuhe angezogen Cut Wir erwarten voll viele mit Rosen Ja... Schön Bei uns ist die Zeit vorbei Ich hab Judy gefragt Hey und... Ähm... Dings... Äh... Kommst du dann, wenn ich wiederkomme Und so... Und er so... Nee, muss lernen What? Wir gehen jetzt... Ähm... Zu unserem Auto Wir sind wieder zu Hause... Wir sind wieder zu Hause... So, wir sitzen jetzt im Auto... Auf dem Weg zu Glow... Und wir standen jetzt... Ähm... Für 10-15 Minuten im Stau... Aber... Ja... Wir sind... Ähm... Jetzt... Also wir kommen um halb eins an... Es hat schon um zehn alles angefangen, glaube ich... Ja... Wir haben uns jetzt umgezogen... Voll kurz bekleidet für das kalte Wetter... Und Kat auch... Liliane ist auch da... Und... Ähm... Wir haben gerade schon auf Twitter gesehen, dass alle so richtig grau angezogen sind... Fette Mäntel anhaben und so... Ja... Wir sind so richtig... Sommerlich... Schaut mal, was da steht... Wuhu... So, Leute... Wir sind jetzt auf der Glow... Wuhu... Voll... Voll... Übel... Spektakulär hier... Ich glaube, wie wir es hier werden... So... Wir werden jetzt wieder durch so kleinen Gängen hier geführt... Und wir sind die einzigen, die so richtig... Sommerlich angezogen sind... So... Hier ist... Die Messer... Oh... Kannst du mal... Was hier ist? Welche Lounge... Was ist das für eine Lounge? Unsere Lounge, ja... Ja... Jetzt zieh einfach mal die Garderobe... Ja... Wo ihr eure Sachen einschließen könnt... Weil das sind nämlich abgeschlossene Räume... Oh, okay... Oben ist die Talents Lounge... Ja... Da ist jetzt diese Träume... Ja... Wuhu... Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Sollen sie also... Wie geht hier zurück? Morgen... Wir gehen uns richtig... Alter... Ja... Egal... Geht mal... Ja... Viel Spaß... Euch auch... Es ist so cool... Schaut euch zu sehen... Und dann jetzt hier... Ja... Okay... Sabrina... Hast du deinen Fuß verdreht? Sabrina... Hast du deinen Fuß verdreht? Sabrina... Ja... Ja... Also... Jetzt geht's... Zum... Picken Tappich... Zusammen mit Leo... Leo... Ich bin schon aufgeregt... Leo, komm... Oh Gott, die Kamera... So... 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 Ja... Danke schön... Danke... Bye-bye... Schön. Alles gut, euch? Ja. Es geht. Fass mal auf. Ihr habt das schon gemacht. Tschüss. Tschüss. Schön Schwenke. Also Schönheit bedeutet für mich, wenn man sich auch natürlich ohne Schwenke schön fühlt. Was hast du mir dann gesagt? Also ich finde, ich wollte gerade zu mir kommen. Ich finde, man ist einfach durch Social Media einfach näher an den Menschen dran. Also alle gerade, die hier da sind, sind eigentlich quasi unsere Freunde, weil wir so in direkten Kontakt mit denen sind. Deswegen ist es so riesig geworden. Social Media bekommt man auch oft manchmal ein negatives Feedback. Wie gehst du mit Hater-Kommentaren? Also ich geh da eigentlich ganz gechillt damit um. Ich lasse sie einfach schreiben. Ich nehme das eigentlich auch gar nicht so ernst. Nur wenn es wirklich eine konstruktive Kritik ist, dann nehmen wir sie auch auf und versuchen es umzusetzen. Aber wenn es jetzt sowas ist wie du bist hässlich, dann who cares. Ich war so, was Englisch? Scheiße, ich würde gar nicht mehr beraten. Hier ist Emrah. Ich bin voll spät, ne? Ja, übel. Kennt ihr mich für die Augen? Oh, ich hab's noch passen. Man hat das gesehen und dachte, dass das Instagram mit diesem Streifen war und der Kamera. Ach so, ist das nicht mehr so? Nee, nee, hast du das update nicht? Ach so, nee. Ich hab's auch noch nicht gemacht. Ich hab's auch noch nicht gemacht. Alle haben bei Twitter immer geredet. Wir sind jetzt hier im Backstage-Bereich, wo alle YouTuber chillen. Ich blogge. Wir chillen hier gerade ein bisschen. Kat ist bei Garnier. Die hat so einen Auftrag. Und wir essen hier und chillen. Hi. 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 Ich hab nur Kat. Ich hab die schon gesehen, aber die hat sie nett gesehen. Das ist ein cooler Typ zu sein. Deswegen werde ich mir das Lust so jetzt sagen, weil ich die kann. Hallo. Nee, hallo. Gleich ist Lamias Auftritt. Wir warten jetzt noch, bis Lamia wieder da ist. Hallo. Sag hallo. Ist da gerade? Schmeckt's? Ja. Nee. Shanti ist auch da. Hi. Ich guck dem Chef von Instagram zu, wie er gerade für sich ein Video macht. Das ist er. Ah, da ist er. Das ist er. Mir ist Tessi. Hallo. Hallo. Wen kann ich dir noch alles zeigen? Ja. Hier haben wir sie. Hi. Ja. Es ist nachher wieder ruhig zusammen. Ja. Haben sie ruhig gekommen? Ja, wir waren paddeln. Ja. Wann haben wir nochmal das Paddeln zusammen? Nein. Nilo ist auch da. Hallo. Hallo. Wir haben hier vorbeigelaufen. Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Ja, doch. Die Maggie ist da. Hallo. Hallo. Und wer ist denn noch alles da? Sie sind alle irgendwie unterwegs. Keine Frage. Doni ist auch da mit ihrem Baby. Aber ich glaube wir sind gerade still oder so. So, wir sind hier kurz vor der Bühne und wollten eigentlich Ramias Auftritte anschauen. Und wir wollen jetzt auf die Bühne, aber wir wissen gar nicht, wo wir lang gehen müssen. Deswegen sind wir gerade ein bisschen verwirrt hier auf der Treppe. Aber wir stehen einfach mal da so. Ja. Und alle gucken einfach mal. Und die sind ja so. Scheiße. Wir müssen das stellen. Also wir sind jetzt hier gerade auf... Ne, nicht auf der Bühne. Neben der Bühne. Wir haben es mir doch nicht auf die Bühne geschickt. Ja. 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 Unfassbar. Ich bin stolz. Und performt jetzt ihre zweite Single Echos. Ja. 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 Und da ist ja so. Na ja. 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 Ja, ja. 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 Wie war es bei dir? Ja, ganz ganz gut. Brauchst du? Ja. Wenn ich mich fertig mache, dann brauche ich schon... Nee, nicht alles. So ein bisschen, was machst du denn? Vielleicht brauche ich mehr weißer und so. Falsche Wimpern. Das ist auch so was. Bei falschen Wimpern. Wird's jemand auch neu? Ich liebe es. Ich möchte nicht feiern die Rolle. Darum werden dir jetzt gleich gezeigt. Ich finde es irgendwie komisch, mein Gesicht da zu sehen. Man sieht jeden Zwickel. Lass ich mir schon... ...drei Minuten Make-up Challenge. Das war so toll, oder? Wir kennen mal die anderen. Bevor das Wimpern aufkleben und erinnern, bis heute bin ich mittlerweile echt richtig schnell. Also 10 bis 14 Minuten fürs Make-up. Meine Haare sind mir meistens immer egal. Nicht schlecht ist die meisten. Damit alles sitzt, den ganzen Abend. Deswegen... crazy und tot. Ich glaube bei mir ist es einfach wie bei den Haaren. Hallo! Wir haben ein paar coole Leute uns beim Start. Können wir schnell ein Bild machen? Ja. Wir müssen im Bereich leider räumen. Wir müssen als Spiele spüren. Weiter gehen! Kannst du dich mal machen? Kannst du dich mal machen? Kannst du mich mal machen? Helmys! Helmys! Cool aufgehen! Kommt du später, Perkins? Ja, aber bitte ruhig. Hi! Ich such dich schon den ganzen Tag. Ich war auf der Bühne. Oh! Und meine Hände geklingelt. Hast du deine Fan-Gemeinde gemacht? Ja, ja, ja. Hab ich's gut gemacht? Ja, es ist gut gemacht. Das ist Meet & Greet-Time. Wir sind bei Meet & Greet. Vlog-Set. Ja, guck mal. Ganze Leute hier. Alle eingestanden. Stellt. Try it! Ich fang so richtig. Tschu, tschu! Oh, mein Gott! Das war perfekt! Hallo! Was geht's? Hast du dir auch gefallen? Komm mal mit ihm gleich? Ja! Wir sind die WG-Mitbewohner. Ich bin gerade der einzige WG-Mitbewohner. Ja. Einen Monat bist allein. Hi! Wie geht ihr? Und hier geht's euch gut? Wie geht's? Ja! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie ist es mir auch gefallen? Du hast uns voll am Mix aus. Meine Stars und eine von uns wohnen. Also die Meine Stars von uns wohnen. Ja! Shanti, kannst du noch lächeln? Mein Mund wird sehen. Bei mir ist irgendwie schon so eingefroren. Bei mir ist so, ich kann nur noch so rum. Ja. Ich hab alle mal Selfies. Wie geht's los? Wie geht's los? Wie geht's los? Wie geht's los? Ich bin angeschrien hier. Und wie fühlt sich die Blöckchen? Ja. Wie geht's los? Kann wir Lichter wachsen? Ja. Warte. So. Danke. Bitteschön. Ja. Und? Kannst du noch lachen? Nee, es geht noch. Also das, dass ich den ganzen Tag habe auf dem Fall. Hab ich Shanti verloren jetzt? Shanti, wo ist man wieder? Ist da. Ist Leo? Leo? Enlil! Leo! Enlil! Leo! Wer schreit lauter? Leo! Enlil! Leo! 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 Ich da! Enlil! Ich da! Können wir gleich kurz so rot machen? Ich da! Ich da! Ich da! Uncut, Leute! Uncut, vlog! Uncut, vlog! Uncut, vlog! Geil! Bin ich drin, Anna? Bist du drin? Nee! Ja! Da reicht es. Ich bin schön! Toll! Hallo, verlorne Schwester! Ah, hi! Ich hab grad nicht gesehen den ganzen Tag! Ich hab ein Foto mit ihr gemacht! Oh Gott! Lass uns rumlaufen! Ich bin auch rum! Ich bin schlecht! Guck mal, hier ist auch... Oh! 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 Die brechen... Die gehen weg! Die brechen aus! Was ist los? Hallo! Was geht? Okay, okay! Ich hoffe, ihr habt einen coolen Tag gehabt! Ja! Ja! Was habt ihr so erlebt? Sag, erzähl mal! Ja, wir haben schon diverse Leute verfolgt! Was für viele Leute verfolgt? Ist es doch oder was? Ja, genau! Leider ist es so cool! Ich zeig! Echt lebt! Kannst einmal das total sagen! Hallo! Hallo! Danke schön! Danke schön! Schönen Tag noch! Danke gleichfalls! Ciao! Vlogst du gerade? Ja! Voll undercover! Hi! Hey! Willst du jetzt hier undercover mal durch die Gegend und so? Check mal was hier geht! Ah, hier ist Hanadi! Hanadi Beauty! Hi! Ganz gedehnte! Ich mache noch ein paar Selfies! Lighted mirror! Ja! Also ist es dein Stand hier? Ja! Voll die coolen... Die sind aus meinem Influor! Ja, richtig genau! Weil die sind so voll der Influor! Ja! Voll süß! Voll cool! Gut! Ist das dein Mod? Ja! Nee, das ist mein Bruder! Das ist mein Bruder! Bestimmt! Der ist... Der ist noch Single! Der ist noch Single! Der ist noch Single! Der ist noch Single! Oh, Leute! Danke schön! Das ist gut! Guck mal! 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 Ja! Hallo! Hallo! Nein! Guck mal! 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 Dankeschön! Dankeschön! Ja! Ja! Sind alle voll Kamerageil? Was los? Ich meine Eigenwerbung! Oh Gott! Eigenwerbung? Nein! Nein! Hier nicht! Nein! Ich bin voll verbrannt! Ich bin voll verbrannt! Guck mich drauf! Guck mal! Du bist voll schön gebräunt! Dankeschön! Oh, voll schön! Guck mal! Ja! Wirst du mir dann mein Video anschauen! Ich schick dir den Link! Ich werd's anschauen! Und du wirst kommentieren! Vielleicht! Ja! Ich schau's! Okay! Ja! Ich schaff's mir an! Ich will dich schön nachkommen. Wollen wir nach? Ja. Wollte ich was sagen? Ich will dich schön. Ja. Guck ihn. Ach, läuft da jemand. Der Max läuft hier nicht aus. Hat er wieder da? Max, wann bleibst du denn? Sein Volker? Nee, ich hab so seiten kaputt. Wissen Kamera ist das? Seine. Meine ist doch kaputt. Meine Kohle. Okay. Oh, oh, oh. Was ist los? Und? Was geht bei euch? Gar nichts. Und Nicole, hattest du heute Spaß? Ja. Wo ist denn deine Schwester? Weißt du schon was, Agatha? Ja. Ich hab nix gekauft. Nix gekauft? Nix gekauft. Hast du einfach gerippt oder was? Okay. Oh. So, wir sind jetzt hier im Waffiano mit allen. Und ich hab hier jetzt Nudeln bestellt. Und eine Suppe. Krasses Essen kommt gleich. Und die anderen kommen jetzt auch gleich. Und, ähm, vielen Dank nochmal an alle, die zu Meet & Read gekommen sind und zu Glow. Wir haben uns echt mega gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Also die, die dabei waren. Und, ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr dabei wart. Ja, ähm, ich esse jetzt mal was, hab richtig Hunger. Morgen auf Karl. Und seine Business-Klasse besucht. Eine ganz andere Welt, ja. Eine ganz andere Welt, Anna. Eine ganz andere Welt, Anna.